Kennt ihr schon den Hobby? Ganz einfach zum Installieren, entweder zum Kleben oder zum Bohren. Einfach aufkleben, Montageplatte drauf und raufstecken. Den Deckel runter und jedes handelsübliche WC-Papier deiner Wahl einfach einführen. Zu guter Letzt müssen wir nur noch die Pflegeölkartusche ins System einsetzen. Den Hebel zurück, den Deckel drauf und dein Hobby ist schon einsatzbereit. Die umweltfreundliche Alternative zu Feuchtpapier ohne Konservierungsstoffe.